hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe des sinne entertainment talk dem podcast des entertainment blogs ja heute habe ich wirklich einen stargast sozusagen hier ich bin in berlin bin bei christian albert im büro liebe leute und ja ich nehme ein interview mit ihm auf und es geht um seine karriere um die chiller tat und natürlich um captain future wir wissen wir sind alle geil drauf und wir wollen mehrere infos haben von christian albert gut erst mal christian hallo hallo wirklich toll dass es geklappt hat und vielen lieben dank für die einladung und ich freue mich schon auf deine antworten und ich denke es wird eine gechillte runde ja gut fangen wir an mit der ersten frage wie wurdest du mit dem filmvirus infiziert christian also das war bei mir tatsächlich sehr 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 früh von anfang an hat mich war gehört es mit zu meinen frühkindlichen erinnerungen die filme die ich gesehen habe mich immer extrem beeindruckt mitgenommen und inspiriert und ich muss allerdings zu sagen dass das selber auch für bücher gilt also ganz allgemein andere fantastische welt habe ich mich sehr schnell reingeträumt und vielleicht aus meinem eigenen grauen alltag so ein bisschen weggesehnt und habe dann tatsächlich weil es bei mir ich komme aus einer stark christlichen familie und das war bei mir zeitweise sehr stark eingeschränkt bis verboten solche dinge tatsächlich so abzufeiern dann habe ich mir so geholfen dass ich zum beispiel manchmal wenn ich einen film einmal sehen durfte aber nicht mehrmals habe ich den auf audiokassette aufgenommen und dann nachts von meinem lieblings film teilweise noch jahre später immer wieder die die filme gehört statt sie zu sehen und musste mir dazu aber dann halt die eigenen bilder bewahren und und merken und vorstellen und vielleicht auch ändern und ich glaube dass es mir geholfen hat so in in kinobildern zu denken selbst wenn sie nicht da waren und ja dann gab es so phasen wo ich manchmal überhaupt nichts gucken durfte dann habe ich mir die bücher zum film gekauft und dann sozusagen den film auch gekannt und dann habe ich das auch weil es war ja damals so dann man trifft sich nachmittags am spielplatz waren sie nicht uncool wenn man das alles nicht so kannte und habe dann einfach ehrlich gesagt einfach gelogen und gesagt ich habe das alles gesehen und ich habe auch dann kino zeitschriften gelesen und wusste fast immer am meisten in meinem freundeskreis über die ganzen filme habt ihr aber nicht wirklich sehen dürfen das heißt an die filme gesehen wussten aber nichts über produktionsbedingungen oder das im im buch zum film dann irgendwie die die charaktere noch ausgeleuchtete mehr sind oder die delete ziehen sind ja da oft auch mit beschrieben weil ja die autoren oft das aufgrund des drehbuchs schreiben und bin kam da so rein in diese in diese faszination und in diesen absoluten besessenheit von film die hat sich eigentlich immer mehr ausgewirkt und als ich dann mal umgezogen bin und später bei meiner mutter gelebt habe habe ich tatsächlich alles geguckt rauf und runter und habe dann auch schnell festgestellt dass ich tatsächlich genre sachen am wildesten und am unberechenbarsten finde und deswegen mich auch dann schnell in die richtung genre entwickelt okay kann ich sogar gut nachvollziehen jetzt wo du es erwähnst ich habe ich habe als kind auch diese diese filme vom fernsehen aufgezeichnet weil wir kein videorekord hatten ja dann habe ich mir das noch mal angeschaut interessant also klasse aber das war doch es war noch als kind ist man ja völlig merke ich auch bei meinen kindern macht mehr keine unterschiede noch zwischen genres und erwachsenen film und kinder film und dann gibt es zum beispiel ein film den habe ich der ist fast komplett unbekannt den hat kann ich wirklich auswendig durch durch dieses kassetten das war der freibeuter der meere hieß der film und das war ein film mit bud spencer und terence hill in einer ganz ungewohnten art und weise erzählt weil zumindest in meiner erinnerung ich habe den 30 jahre nicht gesehen aber war halt es war ein viel ernst gemeinterer piraten film als diese ganzen kopfnuss filme wo sie sich später des die gegend prügeln der war schon der hatte eine richtige story und so und ich fand den ganz toll als kind und da war ich keine ahnung 10 oder so okay ich kenne den auch aber müssen so die fresse ohr gehen in vier feuchten halleluja die sind klasse die habe ich aber auch später noch geguckt der freibeuter der meere ist einer der unbekanntesten habe ich das gefühl weil er ist mir nie wieder einfach so begegnet ja ich würde jetzt den auch am wenigsten irgendwie in erinnerung haben also ich ja zum beispiel rechter und linker an des teufels finde ich ja heute noch das beste opening von allen western wie ich hier gesehen habe und da gibt es schon richtig klasse sachen ja schade dass so ein duo nicht mehr gibt ja dann passt ja eigentlich gut dazu als kind der 80er und großer fünfer müsstest du eigentlich auch ein videothekenkind sein oder ja also es gab so eine kleine episode wo mein vater der sich zu immer mal so verschiedene geschäfte übernommen hat den es nicht so gut ging und wieder aufgepäppelt hat so eine art wirtschaftsberater war der hatte auch mal zwischenzeitlich eine videothek glaube es war in osnabrück wir sind viel umgezogen deswegen ich glaube es war in der osnabrücker zeit hat er eine videothek und dann gab es halt auch mal eine phase wo ich tatsächlich paar sachen weil es war halt das war damals weißt ja du bist ja fast dasselbe bau ja das war ja damals wenn du in die alten cinemas reing guckst hat man ja 300 mark bezahlt für so ein film wenn man privat haben wollte und deswegen hatte man privat die filme nicht und durch das durch die videothek hatte ich die dann gab es so nicht viele für mich zu hause hatten aber ein paar die ich echt rauf und runter geguckt habe das eine war charlotte web ich weiß gar nicht wieder in deutsch heißt aber die der der animierte charlotte web also der wurde ja später noch mal jetzt mit mit echten tieren so noch mal neu gemacht den fand ich ganz toll und tatsächlich der erste star wars den habe ich auch rauf und runter geguckt hatte ich halt zu hause den auf video wo andere den gar nicht gucken konnten konnte man im kino sehen und sonst gar nicht und ich weiß noch bei teil zwei drei sind wir immer haben wir schule geschwänzt und sind irgendwie in herti gegangen weil bei den figuren wo man die figuren kaufen konnte von kenner waren halt so liefen also 15 minütige endlos schleifen von den filmen und allein um die szenen zu sehen ist man dann in den herti gegangen und so hast du aufgesaugt genau aber videotheken genau das kenne ich und dann später in dieser späteren zeit wo ich dann schon sehr viel gucken durfte da hatte ich dann tatsächlich ein video tk in das war in flörsheim den hatten alle und der hat tatsächlich das glaube ich alles verjährt darf man sagen aber der hat wenn er einen kannte hat der ein auge zugedrückt was so die fsk angeht und dann konnte ich wirklich schon so mit 16 robocop und predator und so diese ganzen sachen glücklicher ausleihen der wahl weil er alle kannte und er wusste okay den kenne ich der da passiert nix und so und dann hat er uns das einfach gegeben ja da muss man glück haben also bei mir war es vom freund der große bruder er hat dann ich werde der hat immer was ins regal gelegt und gesagt den schaut sie nicht an tanzter teufel und dann angeschaut und in die hosen gemacht einmal eine ganz frühe erfahrung das war sind aber so prägende erfahrungen dass ich die heute noch weiß weil es wirklich kein standard war in meiner jugend aber ich hatte einmal eine größere cousine auch wieder in einer anderen konstellation umgezogen die hat mich tatsächlich ganz früh also wirklich viel zu früh gremlins gucken lassen als der rauskam kann mir ausrechnen ich glaube 86 kam da raus also war ich zwölf also mit der 80 und auch rambo im selben jahr ersten den ersten der heute noch einer meiner lieblings filme ist aber den habe ich tatsächlich früh gesehen der hat mich extrem beeindruckt und ich weiß noch wenn ich heute rambo gucken finde ich immer noch super aber ich habe auch noch eine erinnerung wie ich den als kind gesehen habe und das ist ein anderer film wenn man als kind filme guckt ist nicht derselbe film das beste beispiel dafür ist watership down unten am fluss den ich auch als kind sehr sehr geliebt habe aber der war so brutal und ich habe gezeichnete in dem stil der animation gezeichnete bilder im kopf die wenn ich heute den film gucke gar nicht vorkommen woran ich weiß dass das kindliche hirn sich tatsächlich die sachen noch ausmalt ja nur beschrieben oder im voiceover angedeutet werden deswegen wenn ich entscheide was meine kinder schon gucken dürfen heute habe ich schon so diese erinnerung wie wie habe ich als kind diese filme wahrgenommen ich fand zum beispiel unten am fluss viel krasser den zu sehen obwohl der ab sechs ist als gremlins oder sogar rambo weil das mit dem kind andere dinge macht also zumindest mit mir ja würde ja bedeuten ein durch das hört ja wie ein kind denkt wie spielberg firma nachgesagt wurde der wäre wahrscheinlich der kreativste regisseur weil du gerade sagt wenn man das noch kann ja es ist alles gelingt aber nicht gelingt einem aber nicht täglich ja leider leider aber kann ich nachvollziehen wir waren denn deine filmischen vorbilder oder wer sind es hast du irgendwelche regisseur also ich habe eine ganz breit gefächerte liebe da könnte ich glaube ich einen eigenen blog drüber machen ich sage mal es gab einen wichtigen in wichtigen initiator selber filme machen zu wollen es klingt vielleicht total banal ist auch mainstream aber es war tatsächlich da war ich 16 da kam der film raus nikita von lupeson und nikita hat so ein bisschen so eine lücke gefüllt in was genau wenn ich filme machen würde was das macht nämlich ich habe den gesehen war total begeistert und bin noch mal rein am nächsten tag und noch mal am nächsten tag und was für mich da so eine philosophie dahinter ist warum ich gerade den film nenne und gibt es viele viele andere ist also beim machen nicht beim gucken man gucken ist mein geschmack breiter aber beim machen fand ich es tatsächlich toll dass es eine völlig irrsinnige hanebüchene fast fantasy geschichte ist die da erzählt wird aber dass es sich nicht so anfühlt weil lupeson eine welt erschafft die du in dem moment total glaubst und für wahnsinnig realistisch hält und dann habe ich echt gemerkt dass ich das sind für mich so die meisterwerke sowie auch alien ist auch so ein film das heißt es sind fantastische werke die aber nicht das nicht erreichen dass du nicht total in dieser welt bis sie ziehen dich rein und glaubst die wirklich jeder schweiß tropfen alles ist irgendwie echter nikita ist auch sowas ich meine das ist eine absurde geschichte wo behauptet wird die wird hingerichtet zum tode verurteilt und wenn sie nicht jetzt eine geheime assassine für die regierung wird also das ist das ist ja fühlt sich ja nicht echt an stell mal vor du würdest in deutschland das in einem tatort erzählen den plot da würden alle sich auslachen aber wenn du nikita damals gesehen hast im kino war es glaubwürdig mit leon ist ihm das wieder gelungen davor fand ich im rausch der tiefe schon auch ein film der zu meinen lieblingen gehört also lupeson war in dieser phase wo ich so 16 17 war einer weswegen ich film machen wollte das war auch seine stärkste phase wenn ich sagen die anmerkende subway finde ich auch gar nicht so schlecht also erst ein atmosphären monster gewesen zu der zeit also die atmosphären monster er hat aber auch einen eigenen look gefunden das krasse war ich war eine weile in paris gelebt und da habe ich auch gesagt dass er mir sehr gefällt und dann war so das typische was hier in deutschland mit den deutschen regisseuren passiert ist alle franzosen fanden das total peinlich dass ich finde der ist so toll weil sie gesagt man macht doch nur amerika nach und so weiter also so laute argumente wo ich gedacht aber hat das kriegen leute wie ich oder oder freunde von mir die sowas in deutschland versuchen hier auch zu hören das geht ihm anscheinend auch teilweise das war vor 2000 aber trotzdem da ist immer noch schwer deswegen wir von meiner taternvlog verteidigen euch da auch gerne wir sehen es ähnlich also wir sehen auch dass da nicht fair oft umgegangen wird aber wir kommen vielleicht noch zum werk von dir wo wahrscheinlich findet es ja nie kein großer erfolg war und wir aber für einen sehr sehr guten action final also ansonsten klar sergio leone john carpenter sam raimi in den frühen sachen also das waren alle die üblichen verdächtigen das sind muss man leider sagen die üblichen verdächtigen aber sind halt auch super also ja sergio corpucci finde ich großartig also das waren so gerade als kind der 80er wirst du die namen alle kennen von den sachen die ich super fand definitiv der kronenberg die fliege ja da enttäuschte mich nicht ne genau ist super also carpenter für mich im gott ja leider nichts mehr macht aber wahrscheinlich auch irgendwie kein sprit mehr das heißt leider ich meine die die letzten sachen die er gemacht hat waren auch nicht mehr so klasse ne vielleicht hat er gemerkt dass es ihn nicht mehr richtig erfüllt und hat dann gesagt weißt du was bevor ich jetzt hier ein ding nach dem anderen runter kurbel ich meine der hat auch die stärkste phase war bis inklusive sie leben ne dann ja genau würde ich auch das erste mal enttäuscht aus dem kino kam ich bei dem unsichtbaren und das war ja der nächste film und dann gab es ja klapperschlange 2 und so eine so eine werke also davor hat er wirklich kinogeschichte geschrieben definitiv also ist einer ganz großen okay also sehr interessant look besser ja wir meinen in einiger deiner werke das 80 jahre genre kino zu erkennen daher die frage haben die filme dieser epoche dich besonders geprägt jobs hast du fast schon ja natürlich haben nämlich besonders geprägt ich habe da auch eine affinität zu die zu diesen werken ich habe auch natürlich eine nostalgische liebe selbst für sachen die ich heute objektiv sagen muss die sind eigentlich ridiculous aber ich mag diese ganzen klischees von den 80er cop stories und rächer geschichten und haben ja auch beim chiller spaß daran gehabt dass so ein bisschen wieder aufleben zu lassen also nicht ganz ernst gemeint aber trotzdem also ob das die death wish filme waren die die ersten lethal weapons die ja so ein bisschen als inspiration auch her gehalten haben aber selbst so also wir haben ja vorhin über ramburg gesprochen über den ersten teil objektiv als filmemacher ist eigentlich nur der erste gut ja hier aber subjektiv liebe ich alle weil ich halt in der zeit gebäume ich finde mir macht es einfach spaß sich zu gucken aber ich weiß natürlich dass das militaristisch ist dass es fast faschistisch ist dass das entspricht überhaupt gar nicht meinem liberalen weltbild was in diesen 80er film transportiert wird aber das ist homophob das ist rassistisch also es ist alle möglichen sachen drin aber es ist einfach eine zeit wo sich die leute dessen gar nicht bewusst waren und so ein übertriebenes macho image abgefeiert haben mit slow motion aufnahmen von bizeps muskeln mit schweiß und stirnband und ich finde es einfach da ist man ist halt geprägt aus der aus der zeit also ich bin echt ich bin baff weil wir könnten uns die hand geben wie brüder sein also halbe brüder echt super ja sehe ich genauso also wahnsinn also haben die film auch geprägt ja inwieweit wurdest du denn von dem erfolg deines zweiten spielfilms antikörper überrascht vollständig okay war eine komplette überraschung ich hatte davor also nach curiosity habe ich bin ich eigentlich daran gegangen dass curiosity war ja eigentlich gar nicht so richtig zur veröffentlichung gedacht als den gemacht habe ich habe früher mit freunden bekannten in meiner frankfurter gegend so amateurfilme gedreht also voll amateur alles selbst gebaut alles illegal gemacht alles ohne 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 drehgenehmigung und so bis hin zu stunts auf bahnhofsbächern und so also wir haben völlig wild gedreht immer bis die polizei kommt oder irgendwie so und da waren wir auch 15 16 17 18 so der bereich und dann habe ich curiosity eigentlich gemacht um das mal so abzuschließen das kapitel mal was fertig zu stellen und um auch so eine art demo zu haben was ich dann so in so einem büro den produzenten zeigen kann und dann ist das ganze ein bisschen größer geworden und außer kontrolle geraten und dann wurde tatsächlich veröffentlicht und max ofels nominiert und hat ja ein dvd deal bekommen mit den annulis jungs und hat sich auf einmal nach kanada und china und sonst was verkauft korea meine ich es war dann auch war dann plötzlich so ein halber erfolg für so einen film der 200.000 mark gekostet hat sehr sehr groß eigentlich und dann hatte ich natürlich trotzdem ein demo band habe dann versucht mein ursprüngliches debüt was als debüt geplant war war ein projekt das hieß killer queen und das habe ich tatsächlich aus meiner jugend das heißt 16 ausgedacht und habe es dann mit 16 das erste mal geschrieben und dann so mit 20 ein rewrite gemacht denn der hatte ganz viele interessenten auch schon in der deutschen branche aber ich hatte halt nichts vorzuweisen habe ich erstmal curiosity gedreht das waren drehbuchs habe ich in zwei tagen geschrieben also wirklich so ich muss irgendwas drehen und habe so schnell mir so ein kleines kurzes konzept überlegt und dann habe ich tatsächlich das geschafft mit diesem debütfilm plus dem drehbuch einen recht großen partner hier zu finden und das finanziert zu bekommen und dann sollte ich sollte mein eigentliches debüt dieser killer queen sein dabei geht da geht es um sehr sehr reiche menschen die mit echten menschen schach spielen okay jetzt geht doch interessant die das aber nur wissen wenn sie keine bauern sind das heißt unser held jack öffnet eines tages besoffen nach einer party die tür und wird mordanschlag auf ihn verübt und er weiß gar nicht warum und wieso und fängt an zu recherchieren und merkt dass er der bauer in dem neuesten schachspiel ist und die bauern wissen das nicht während die dame die der springer der turm und so weiter kriegen halt ihre feld genannt und kriegen halt mordaufträge und wer am ende noch steht der könig ist der spieler selbst also der okay und die haben dann übernahmen von firmen ausgespielt und so weiter großer verschwörungs ding und daher da hatte ich norman reed es besetzt in der hauptrolle daher kenne ich den wir hatten interesse an diesen rollen von asia agento als dame alain dolan als gegnerische dame also richtig geile besetzung kim botnia kenne ich daher der wollte einen von den cleanern spielen so also richtig geiles projekt und dann ist es 2002 wo die ganzen deutschen fonds geplatzt sind ist es auf einmal weggebrochen ziemlich kurz vor dreh ich habe es komplett storyboardet also wir waren wirklich kurz vor drehen ist es weggebrochen und der typ der das finanziert hatte war auf der flucht und so es war völlig absurd ich habe dann antikörper geschrieben nach dem nach diesem großen hollywood desk es sollte auch auf englisch gedreht werden mit diesem tollen cars und so habe ich gedacht so jetzt schreibe ich mal aus frust so einen ganz kleinen dreckigen film denn niemand interessiert den ich in deutschland dreh für mich so das war antikörper und ich habe niemals damit gerechnet weil er so düster ist sehr pessimistisch sehr kontrovers mit kinder fickern und leuten die sich irgendwie im bild ein runterholen das war sehr sehr ich habe da wirklich ohne rücksicht auf verluste das ding geschrieben und dachte das wird ein richtig dreckiger kleiner film und niemals guckt in irgendeiner außerhalb von deutschland okay und da hat er dann auf der ganzen welt lief und die amis mich da eingeflogen haben und so war ich völlig geschockt hast du da gewollt provozieren wollen also weil du jetzt gesagt hast wirklich ein dreckiger film nicht provozieren das war einfach das war jetzt ein ganz ganz persönlicher film also ich habe ein genre konstrukt oder nicht mal ein genre konstrukt weil wenn du das wenn du das konstrukt von dem buch anguckt ist das nicht mal ein genrefilm aber es ist vom ton und von der ausstrahlung her ein genrefilm aber wenn du mal schaust ich habe mir eigentlich bewusst eine schwierige aufgabe gestellt habe ich gesagt habe der serienkiller ist verhaftet und hat auch keinerlei möglichkeit mehr weitere opfer zu beginnen das heißt es gibt diesen thrill den du eigentlich in so ein thriller hast wer ist das nächste opfer wo schlägt er wieder zu und so den gibt es ja nicht mehr es gibt eigentlich nur noch ein drama wo es um die seele von diesem polizisten geht und für mich war das einfach ich hatte vorhin erwähnt dass ich aus einem sehr stark christlich geprägten background komme ich habe da mit meinen eigenen dämonen gerungen und das war wirklich ein persönlicher film also ich sag mal wenn ich jetzt berliner schule regisseur wert dann wäre das ein anderer film geworden als so aber es hat sehr sehr viel mit mir selber zu tun und mit meinem glauben und nicht glauben und also das waren so ein ring das in mir selber stattgefunden hat eigentlich komplett ich meine der der sohn der für schuldig gehalten wird heißt christan also da fehlt nur noch das i dann habe ich auch eigene szenen aus meinem leben verarbeitet also klar gibt es kein serienkiller in meinem leben aber situationen die da in dem film stattfinden sind sehr sehr persönlich fast jede und deswegen fand ich auch so lustig wenn dann jemand gesagt hat das sei unrealistisch oder so also ich habe dann ich sag mal leute die aus der stadt sind und atheistisch aufgewachsen sind haben mir dann vorgeworfen dass es so eine erziehungsmethoden oder sowas gar nicht gibt das ist alles eins zu eins aus meinem leben also das ist nicht ausgedacht da kann ich sagen also wenn ein filmmacher persönlich ist in seinen film steckt denke ich kommt zumindest immer ja was gutes raus also so aus meiner erfahrung es gibt ja auch viel auftragsarbeiten hast du bestimmt auch die ein oder andere gehabt muss man machen aber schon schon beeindruckend also okay wollen wir weiter kommen also antikörper war ja ja passt du antikörper also der erfolg hat dich völlig überrascht und ja wie war das für dich dann plötzlich haben sich die tore hollywoods für dich geöffnet oder weil der nächste film war ja fall 39 genau mein dritter film ja heute wenn ich das jetzt aus der rückschau sehe finde ich es viel unglaublicher als damals damals war ich da mittendrin da sieht man das nicht so aber tatsächlich mein dritter film war dann also man muss sagen der antikörper der liefer in tribeca als weltpremiere in new york und da haben den halt diverse agenten und so weiter gesehen und haben mich sofort nach l.a. eigentlich geholt und der lief ja hier dann erst im juli das heißt ich hatte schon drei monate wo sozusagen in hollywood der film rum ging und ich so angebote hatte und so bevor ich überhaupt mich drum kümmern konnte wieder mal hier hin zu fliegen und die herausbringen des films zu machen und ja es war einfach war einfach gigantisch was da drüben für möglichkeiten und angebote kam und wie wenig hier passiert ist als dann der film hier raus kam weil ich hatte schon noch den wunsch eigentlich hier mir das drüben alles anzugucken aber hier weiter zu machen erst mal weil drüben waren halt auch viele franchises und sonst war es war jetzt nicht alles gold was glänzt und dann habe ich aber gemerkt hier es passiert nichts gar nichts also nach antikörper gab es in deutschland nicht einen einzigen telefonanruf oder irgendein angebot während in hollywood haben die mich wirklich gefragt für franchises diese für 80 90 milos drehen wollen und hier hatte ich ein nachfolge projekt wo man mir gesagt hat das sei noch zu groß für mich mit vier millionen also es war so ein kontrast wo ich gesagt habe okay ich muss eigentlich meinen nächsten film in hollywood machen wenn ich nicht wieder so eine pause haben möchte wie zwischen curiosity und antikörper weil es waren ja auch sechs jahre das klingt wie ein klischee aber es ist ja teilweise heute noch so dass das genre filme dann im ausland mehr anerkennung bekommen deutsche genre filme als im eigenen land weißt wann es hier los ging mit der anerkennung war das antikörper im fernsehen lief da habe ich dann gedacht aha deutsche produzenten und redakteure gucken das erst wenn es im fernsehen kommt die gehen halt nicht ins kino na als der im fernsehen lief ging es hier los da haben dann gesagt alle vier also da kriege ich dann kriegte ich dann so angebote und drehbücher und respekt und so aber nicht im kino ja das ist ja fast traurig ja im nachhinein war es für dich egal du hast deinen weg gemacht fall 39 hast du ja gleich mal mit ein paar hollywood stars zu tun gehabt ziemlich schnell renny selweger bradley cooper glaube ich in mc shane in mc shane he will deadwood hammer wie war das für dich also mit den leuten umzugehen du das war super ich hatte da nach einem jahr in hollywood wo so ich sag mal meine lieblingsprojekte alle nicht so richtig vorwärts kam das gefühl weil ich meine hollywood ist sowas wie die champions league die ist gar nicht amerikanisch sondern da sind ganz da trifft sich eigentlich die gesamte welt zufällig in diesem amerikanischen ort und tritt gegeneinander an und wenn du gerade so heiß bis mit neuen film der alle begeistert dann kriegst du erstmal alles mögliche rum angeboten drum gereicht und wenn du dann eine weile nichts macht dann kommen die neuen die neuen filme der und meine agentur hat mir damals verraten mich jetzt nach über einem jahr mal für was zu entscheiden dann war die idee diesen paramount film immerhin der mit rené selweger schon besetzt war zu sagen hey du drehst es schnell das geht in drei monaten los ein jahr später ist es draußen und dann hast du so eine art gesellen stück abgeliefert wo die leute in hollywood in der stadt sehen du kannst auch innerhalb eines studiesystems arbeiten ja und es gab genug sachen in dem buch die ich spannend fand wo ich die wo ich gesagt okay dann es war jetzt nicht mein lieblingsprojekt aber es war was ich gesagt habe okay für ein gesellen stück du hast von auftragsarbeit gesprochen das war so das war eine auftragsarbeit und das was mich daran gereizt hat war dass ich das buch gelesen habe ich wusste ja rené selweger soll es sein sonst stand keine fest also alle anderen sind von mir besetzt und es ist paramount und kommt wahrscheinlich in 3500 kinos dann habe ich dieses drehbuch gelesen und auf seite 25 stecken die den kinder im backofen ja und dann habe ich so gedacht what the fuck paramount und rené selweger von jerry mcguire und bridget jones diary und so die wollen so einen film machen das ist ja unfassbar und da hatte ich schon so ich habe da so drei vier lieblingsszenen beim lesen gehabt so dass auch wenn ich dachte dass da ist jetzt insgesamt nicht der originellste aller stoffe gab es so vier fünf sachen nicht richtig topfand und wo ich gesagt habe da habe ich spaß dran eine der szenen war die bradley cooper und jodell wo sie ihm sagt dass er ja irgendwie ein oberflächlich herfatzke ist und dass er besser angst vor ihr haben sollte und so weiter also da war da waren tolle dialoge drin okay ich war da nicht ein brand irgendwie da war doch was bei den dreharbeiten gab es da ja das das gibt in vancouver gibt es jetzt ein studio weniger seitdem okay okay ja wir haben da wir haben ja das sie im showdown bitte das haus abgefackelt und für die innenaufnahmen haben wir tatsächlich den studiobau kontrolliert immer wieder abgebrannt den ganzen tag lang und nach dem letzten tag nicht mal im letzten tag sondern nach dem letzten tag habe ich gesagt okay cut das war's feierabend super haben die das nicht mehr ausgekriegt plötzlich und dann ist nicht nur das studio abgebrannt also nicht nur der bau sondern ist es sind die flammen nach oben an die decke zu dem ganzen sound schutz der eigentlich fire resistant ist aber nach einer gewissen gradzahl auch nicht mehr und dann ist das ganze gebäude mit nebengebäude büros alles wir sind da unser leben raus gerannt okay ist so dramatisch richtig dramatisch das ging von wir kriegen es nicht mehr aus zu alles steht in flammen waren vielleicht zwei minuten das ist manchmal dann echt schon heftig also ich hatte es mal so am rande gelesen was man nicht alles im internet liest da ist auch unser ganz equipment verbrannt alles stand noch im studio das war ich verstanden nackt da war es so dass dadurch auch ich glaube die veröffentlichung verschoben wurde das ist das hat damit nichts zu tun das hat damit zu tun dass das die leute die case 39 in auftrag gegeben haben waren nicht mehr da als wir fertig waren mit drehen weil paramount zu der zeit wahnsinnig viele regime changes hatte und immer wieder personalwechsel und dann hat den film jemand anders fertiggestellt also verantwortlich fürs studio und der war dann nicht mehr da als der film rauskommen sollte und da muss man auch sagen der film hat below the line 20 mio gekostet und das ist für paramount total wenig geld und low risk gleichzeitig haben sie so sachen geplant wie star trek etc und die haben den film tatsächlich obwohl er super getestet hat und sie da am anfang an großen erfolg prognostiziert haben haben sie den dann immer wieder so drei monate verschoben also nicht einfach mal ins nächste jahr sondern nochmal drei und dann wir ziehen jetzt den vor und in diesem ganzen schaffel war der film einfach unwichtig weil er hat nicht viel geld gekostet und keiner der bei paramount gearbeitet hat 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 den gemacht das war wie so ein geerbtes stück film und dann haben sie den wirklich dauernd verschoben irgendwann hat dann international paramount die den lieber mochten gesagt wir bringen jetzt raus weil der wird langsam alt rené hat seit zwei jahren nichts gemacht und so und dann hat paramount international den film rausgebracht und hat in ein paar ländern richtigen hit gehabt damit woraufhin dann das mutterland den auch rausgebracht hat aber halt mehr schlechter als recht also er lief irgendwie okay aber halt nicht geil also das ist so der klassiker wenn es regimen beim studio wechselt dann ja die haben nichts zu gewinnen wenn es ein riesen hit wird dann ist es der hit des vorgängers die haben da nichts dran zu gewinnen leider zählt anscheinend nicht studio sondern die person muss man sehr viel studio machen ja dein nächster film dafür ist einer meiner faves von dir pandorum und da hast du ja mit paul w s anderson zusammengearbeitet du hast du hast regie geführt bei diesen science fiction horror drama mit dennis quaid ben forster und wie waren da die zusammenarbeiten mit anderson selber also ich muss sagen paul ist ein wahnsinnig netter kerl der ganz großen enthousiasmus hat für auch film ich habe tatsächlich eher mit seiner firma gearbeitet also er war schon hier hat das set besucht er hat sich den cut angesehen er hat notes gegeben also es ist nicht so dass er nichts mit dem film zu tun hatte aber von den drei produzenten war er am wenigsten beteiligt weil er hat gerade death race abgedreht und war dann noch in der post glaube ich und er hat dann schon seinen nächsten film vorbereitet also er war am wenigsten da ich habe ihn gut kennengelernt aber jeremy bolt und robert kultzer waren die beiden hands-on producer die wirklich jeden tag im set waren und auch im schneideraum und so weiter okay denn der wurde in barbyspec gedreht ne ja und wie war das so so ein so ein genre film so ein science fiction drama mal in deutschland zu verwirklichen also waren hier genug leute da sag ich mal also ich hab da ähm der sollte in montreal gedreht werden das ist so ein klassiker für für diese produktions für dieses produktions trio wo sie halt viel gemacht haben und ähm ich hab dann aber ja gewusst dass hier zurzeit auch damals schon viele amis drehen und habe auch meine familie hier und habe so ein bisschen äh gelobbyt und habe gesagt wie kann das sein dass alle möglichen amis in berlin drehen aber ich muss äh woanders drehen und ich möchte gerne in berlin drehen weil ich da auch connections habe und bekannte und vielleicht das ein oder andere zaubern kann was halt in einem fremden land nicht geht und dann haben wir da lange mit dem ganzen tax rebates hier gibt es das dfff in kanada gibt es tax rebates also einfach ausgerechnet was das für das budget bedeutet es war am ende kam es relativ nah zusammen so dass dann die konstantin gesagt hat okay dann ist ja auch noch eine konstantin produktion können wir in deutschland machen und was dieses know-how angeht also es waren ja viele internationale leute dabei ist der minsten äh letzter job war das ähm tatsächlich und die jungs kam ja dann rüber und haben dann hier mit locals vor ort gearbeitet aber es war eine internationale produktion trotzdem genau war nicht so leicht zu händeln wahrscheinlich aber englisch war konnte wohl jeder dann hat es geklappt hat auch spaß gemacht hier einfach mal zu hause zu sein und zur arbeit zu fahren und nicht immer irgendwo in der weltgeschichte mal ne ich bin gerne in der weltgeschichte mich zieht es auch immer wieder raus war jetzt auch in moskau und in istanbul und so aber das war mal eine abwechslung wo man gesagt ich bin abends bei meiner familie und fahr morgens raus nach bagelsberg ja ja klar auf jeden fall hat auch vorteile mit der hub an am besten so weit geht es dann nicht und was dich dazu gebracht dann auch wieder hollywood zu verlassen und letztlich aus vancouver in hollywood war es ja nicht sondern vancouver ja wir haben auch in hollywood gedreht tatsächlich wir haben ja noch so alternative enden und nachdrehs das war dann tatsächlich la du ist eine mischung von vielen also erstens die filme die mich so zum film gebracht haben dreht hollywood fast gar nicht mehr also diese mit range ich sag mal ein bisschen härteren ein bisschen erwachseneren thriller actionfilme all das wovon wir geredet haben wird ja eigentlich nicht gemacht also es gibt wahnsinnig viele große märchen verfilmung fantasy verfilmung und superhelden verfilmung die aber auch so teuer sind dass du eigentlich nicht der regisseur bist sondern der ceo von dem ding also du hast eigentlich mehr die aufsicht weil es ist das sind wie große unternehmen du bist dann rad und getrieben oder es gibt halt die also ich kriege schon immer noch angebote von drüben aber die budget sind teilweise kleiner als meine firme hier also ich so ständig ständig sachen angeboten die so wo ich sag wenn ich sowas in deutscher machen will habe ich mehr geld zur verfügung also es ist entweder extrem cheap oder extrem teuer dazwischen ist gerade eigentlich wenig los und ist als ich das letzte jahr in la war war gerade writer strike ganz viele leute sind out of business gegangen es wurden 40 prozent der agenten entlassen also es war eine wahnsinnig depressive stimmung und ich bin ja nach hollywood gegangen weil da so ein optimismus und so eine kann-do attitude ist so wir können alles erreichen und du hast jeden tag in einem café gesessen und dein agent oder dein manager oder ein produzent hat eigentlich nur gejammert dann dachte ich das kenne ich in deutschland weißt du da brauche ich nicht hier rum sitzen damit mir alle das ohrfeuer jammern und habe dann gesagt okay habe so ein bisschen gespürt dass ich in deutschland durch meine zwei hollywood filme andere türen öffnen und ich vielleicht hier andere möglichkeit habe so das bisschen das bisschen erfolg was ich habe so in macht zu übersetzen projekte ins rollen zu bringen und es hat sich auch richtig als richtig herausgestellt also ich bin dann bin jetzt wieder hier bin mein eigener chef ich habe ja meine produktionsfirma gegründet und kann dinge ganz anders bewegen als vorher bevor ich in amerika wurde wieder zurückgekommen was wie war das für dich musstest du ziemlich bei neu anfangen oder hat der ruf wie du gerade gesagt dass das hollywood schon gereicht ging viel leichter als vorher okay ging echt viel leichter ja okay das ist eine klasse ja lass uns kurz über die über deine tatort filme sprechen es gibt ja ja die ziemlich polarisierenden chiller filme von dir und borowski borowski bin ich großer fan aber da glaube ich kriegst du generell immer lob dafür für die borowski tatorts chiller ist eine andere sache das lustige ist dass manche leute das ja gar nicht wissen regisseur ist ja für so film nerds wie uns ist es ja ich sag mal ein entscheidender beruf fast für filme für den normalen menschen auf der straße die wissen ja gar nicht was ein regisseur macht sie kennen auch meistens nur fünf mit namen hitchcock und tarantino und scorsese und das lustige ist dass wenn ich dass ich manchmal lesen darf dass der regisseur von den chiller sich doch mal von dem regisseur von stille gast eine scheibe abschneiden nicht wirklich doch habe ich schon gelesen ich dachte ja die leute wissen gar nicht dass ich beides gemacht habe und beides so sein soll wie es ist genau es ist unterschiedlich und auf beiden arten aus meiner sicht hervorragend also also ich finde ja du bist ein großartiger handwerker du hast du hast du hast so ein leichten hochglanz look auf den ich nicht immer sehe in deutschland was mir auch bei genre für mir besonders gut gefällt ja zu die chiller wollte ich kurz was fragen also für mich orientieren sich die schon sehr am amerikanischen action kino ich glaube das vorhin kurz erwähnt schon konntest du hier deine vorstellung frei entwickeln oder gab es das war eine der sache die mich daran gereizt hat also ich hatte ja die borowskis gemacht und war eigentlich durch mit dem tatort ich bin ja wirklich also ich habe den ersten broski fast als gefallen für die redakteurin getan weil die kam zu mir und hat gesagt die war ein großer antikörper fan auch und hat gesagt sie ist leider verstorben deswegen sage ich rede ich in der vergangenheitsform ganz großartige redakteurin janet will und die kam zu mir hat sich gewünscht mal ein tatort zu machen der ein richtiger thriller ist also kein krimi was mich nicht so sehr interessiert als schaufe weil ich es so sehr random finde wir haben hier fünf verdächtige alle fünf könnten sein und am ende wird gewürfelt vom drehbuchautor und er sagt wer war es jetzt übrigens na das ist für mich ein sehr sehr langweiliges genre sie hat sich aber einen richtigen thriller gewünscht und hatte durch diesen henning mankel stoff so ein bisschen das gefühl dass sie da ein bisschen weitergehen kann weil die leute den henning mankel gucken auch offen sind ja für gewisse bizarre düstere geschichten und hat mich damit so hat sich das gewünscht und ich mochte sie ja gesagt okay ich mache diesen kohlen hund und das hat so einen spaß gemacht war ich richtig richtig toll mit ganz frei arbeiten können mit ihr und dann habe ich ihr auch den stillen gast zugesagt da ist sie dann aber schon hat sie schon nicht mehr gelebt sie hat nicht mal mehr den kohlen hund komplett gesehen also der war sie hat nur die muster gesehen leider auf jeden fall wollte ich das eigentlich nicht machen kam dann so dazu und dann war ich wieder fertig mit dem tatort okay das ist jetzt schönes schöne doppelfolge weil die sind ja ich habe auch zwei hintereinander gemacht zwei borowskis und konnte diese geschichte auflösen mit sibels epilepsie und so hat die haben auch inhaltlich miteinander zu tun und dann habe ich so wie ja alle gelesen dass til zum tatort geht und hatte damit überhaupt nichts zu tun und da ging das ja schon ein halbes jahr lang wahnsinnig kontrovers was will der eigentlich und dann will er den vorspann abschaffen und dann hat er ja auch so ein interview gegeben wo er gesagt hat bei ihm geht in den ersten fünf minuten schon mehr action ab als in allen anderen tatorten zusammen wo ich mich auch angesprochen gefühlt habe ich habe ja zwei gemacht und plötzlich kam aus dem nichts dieser anruf ob ich das machen will und da habe ich gedacht kannst eigentlich einerseits nur in die scheiße treten weil alle wollen es eigentlich sehen dass es schief geht jetzt schon also die nation hofft dass es in die hose geht und andererseits ist es auch wahnsinnig befreiend weil wenn ihr alle hoffen dass es schief geht und irgendwie dann weißt du schon von vornherein dass du verrissen werden wirst du weißt von vornherein leute werden sich aufregen und gleichzeitig ist es aber auch was spannendes wo ich dachte weißt du was ich kann jetzt nächste jahr immer mal in der zeitung darüber lesen und so eine außensicht haben oder ich bin mitten im auge des orkans und krieg mal mit was eigentlich so da wildes abgeht wenn sowas passiert und hatte so ein bisschen noch die hoffnung dass man mit til freier frecher an sowas rangehen kann weil til einfach eine ganz klare macht hat in deutschland definitiv und dann dachte ich ja da wird nicht so viel bedenkenträgertum möglich sein weil til lässt es nicht zu der lässt nicht zu dass irgendwelche bedenkenträger so mit schlips irgendwie sagen ja aber die zielgruppe und so sondern wenn er was gut findet dann kämpft er damit leidenschaft führen das hat auch bestimmt und deswegen waren wir ehrlich gesagt sehr frei also der tatort ist abgesehen von geld und zeit so wie er sein soll ich wollte jetzt mal frecherweise fragen mich erinnert schiller schon das ein oder andere mal an eine tatortlegende namens schimanski wie du sagst schon allein dass der vorspann nicht da ist zwar ja beim schimanski in der späteren reihe die wurde ja separat dann vom tatort getrennt und dann hast du das bewusst hast du bewusst schiller daran angelehnt oder das ist kein zufall sondern es ist natürlich klar also weil du sagst hier in einer schriftlichen frage ob es vorgaben gab also es gab schon den wunsch des senders die tatort 3 bis hin zu verjüngen sie haben schon darauf gehofft dass der sich der senderschnitt verjüngt und dass man so ein bisschen mehr action und bisschen schnellere erzählweise bisschen frischer ist das war so der wunsch und es war ja geht ja auch hand in hand mit dem was til wollte und was was ich was mich daran gereizt hat und es einfach klar wenn du einen haut drauf ermittler hast da ist nun mal schimanski die legende ja und ich habe schimanski auch geliebt als kind er fand mega cool nicht alle folgen sind richtig gut die die schimanski reihe außerhalb des tatorts finde ist auch nicht so mein ding weil es für mich irgendwie ein bisschen vorbei ist das war eigentlich schon diese letzten zwei in den 90ern die letzten zwei regulären taten oder waren eigentlich schon nicht so geil aber wenn ich jetzt den den ersten schimanski rein lege finde ich feiere ich sofort ab das ist einfach so hoch und so pur und gertz george spielt so toll was er mit seinem körper macht und was er mit dieser ganzen figur macht allein wieder sich ein t-shirt anzieht in der ersten zwei minuten ist schon sensationell also da gibt es eine liebe aber es gab natürlich auch so ein bisschen die die das bewusstsein man muss respekt sollen schimanski deswegen haben wir auch fuck aber es muss was eigenes sein okay das ist ja klar und das ist es glaube ich auch also ich glaube nicht dass die zwei sehr viel gemeinsam haben außer dass beide sich tatsächlich prügeln wenn man es wohl nur oberflächlich betrachtet würde man sich miteinander vergleichen ja genau ja es gab ja jetzt insgesamt fünf chiller film mit dem kinofilm mit dem kinofilm ja ist damit für til schweiger als hamburger mittler seine dienstzeit vorbei oder hat er hat er unterschrieben für acht wo also nach den vieren hat er für weitere vier unterschrieben und der kinofilm wurde dann sozusagen der erste das heißt es gibt jetzt noch mal drei fernsehtatorte okay und du als regisseur ist noch nicht klar okay okay gut aber freue ich mich drauf also ich mir sehr gut gefallen man merkt ja bei den chillern erst wenn man mehr folgen gesehen hat dass die doch komplexer sind als man denkt wenn man den ersten nur sieht willkommen in hamburg ich sag's jetzt mal punkten habe ich mal sieben von zehn gegeben hat mir visuell gut gefallen aber er entfaltet noch nicht seine ganze stärke aber du verwebst das eigentlich ganz gut oder eher dann mit dem chiller und ich finde das eigentlich schon sehr sehr gut ja also beim ersten muss man auch sagen wir haben so viel immer leisten dieser erste um überhaupt mal zu erklären wer ist eigentlich wer und was stellen wir uns überhaupt vor der erste muss man auch sagen gab es das buch schon bevor ich dazukam ich habe da marginal einfluss genommen vor allen dingen halt auf action sequenzen aber im grunde stand er so und die anderen drei habe ich ja wirklich von der pika auf mit entwickelt bis hin zu der idee dass es überhaupt horizontal zusammenhängt weil ich fand dass dieser astern der schon im ersten buch war dass der tatsächlich potenzial hat weil er im gefängnis ist aufgebaut zu werden zu so einem zu so einem gegenspieler und ich habe das dem habe deswegen erda yildiz gecastet weil ich fand das muss dann auch so besetzt sein dass das geht und habe erda yildiz da wusste noch niemand dass ich das vor habe weil ich war jetzt erst mal der regisseur für teil 1 habe ich gesagt du ich habe so eine so eine spinnerte idee dass es über vier folgen geht und in der vierten fährst du mit til gemeinsam durch die nacht so ein bisschen wie der clint eastwood film wo er diese zeugin bringen muss gerade vergessen wie er heißt mist the gauntlet heißt er in im original der mann der niemals aufgibt genau genau oder halt auch 16 blogs oder so ein bisschen dass zwei leute die die schon viel also die die viel gegensätzliches haben und sich nicht mögen gemeinsam gegen alle anderen durch die nacht fahren das hatte ich so als assoziation und da wusste ich aber da muss man vorher das ganze aufbauen und habe das erder gesteckt und habe dann später tatsächlich tildes gepitzt er fand es super hat da sogar ein anderes buch was gar nichts mit astern zu tun hatte einfach abgesagt was für tat oder zwei so vor gedacht war und dann ist die redaktion auch an bord gekommen dann haben wir im grunde vier teile daraus gemacht und wir finden til und ich finden auch teil vier am besten also wir sind persönliche fans von fegefeuer heißt fegefeuer ja finde ich auch das ist das ist der stärkste wahrscheinlich ja aber ist auch der wo es am meisten geschmackssache ist finde ich ja der ist sehr schräg weil er ist ja wie gesagt haben die reden durch den fahren durch die nacht und quatschen ja das muss man mögen aber ich finde den toll ich finde ich finde es auch dieses intensive spiel dadurch er erzeugt eine spannung allein durch die situation und und die charaktere finde ich auch klasse ich finde willkommen willkommen in hamburg eben wie gesagt ist eine origin story wie du gesagt hast da da ist es natürlich am einfach ein bisschen schwierig fahrradien kommt vielleicht ein bisschen zu kurz mein der ist großteils im krankenhaus aber du musst auch bei seiner reihe erst mal lernen guck mal der der auto hat beim ersten mal schreibt für figuren die er nicht kennt beim zweiten mal hat er den ersten gesehen und kann plötzlich was aufnehmen was die schauspieler das gefühl okay also britta hamelstein zum beispiel ist ja wahnsinnig toll reingewachsen in die karl rei und dies war eine absolute nebenrolle in den ersten teilen also das muss das muss man erstmal auch da muss auch der autor dann mal sehen aha die kalwei die hat potenzial da kann man was draus machen definitiv und ich finde das sehen manche eben nicht als gesamtwerke ich habe sie eben schon gesehen und und ich merke dann auch die komplexität eben wie du gesagt hast der film das baut aufeinander auf und und ist in der vierten episode praktisch am siedepunkt ist klar es gibt noch den kinofilmer aber du ich bin da ganz locker wir haben ich habe dir gesagt das war als als ich das angeboten bekommen habe war der verriss schon mit im angebot und wir haben echt mit so einer scheiß egal haltung wir wussten auch eben du wenn du im tatort zähl eine bazooka auspacken lässt ja dann wussten wir doch dass das ärger und ich habe dabei teil 1 schon gesagt schade weil ich hatte so dieses das war so eine assoziation wo ich sagte til schweiger zerballert den tatort ja so hatte ich so und dann hatte ich dieses bild mit der bazooka wirklich schon bei teil 1 habe aber keine gelegenheit oder art und weise gefunden wie das überhaupt da reinpasst dann habe ich das einfach gesagt wir irgendwann in diesen vier teilen schaffen wir das dass er die bazooka auspackt und gegen die kritiker einfach so als einfach so guck mal das ist einfach für mich so ein bisschen wird so überhöht der tat und zu so einem heiligtum verklärt ja das ist eine krimi reihe teilweise mega schnarchnasig teilweise toll also ich habe auch als ich meinen erst als ich den borski gemacht habe ich den fernseher eingeschaltet den aktuellen tatort geguckt weil ich seit jahren nicht gesehen hatte das war nie wieder frei sein vom kollegen zybert das ist einer der besten filme die ich kenne nicht nur tatort sondern filmer das war ich dachte so so tatorte gibt es okay ich muss mich warm anziehen das gibt sensationelle großartige tatorte aber es ist wenn man jede woche guckt auch wahnsinnig viel mühsames zeug dabei und es wird mit so einem ernst in der nation darüber geredet als ob das irgendwie wahnsinnig wichtig wäre was im tatort passiert und da muss ich sagen da haben wir uns ein bisschen pflegelhaft einfach mitten reingestellt die bazooka ausgepackt und einfach mal drauf geballert und es hat auch spaß gemacht so diesen heiligen ernst aus dem tatort auszutreiben genau das hat mir zum beispiel gefallen die leute denken auch ganz oft sagen die also ich habe so kritiker gelesen ich befürchte die meinte oder leider meinen die das alles ernst ich sage wo denn wo meint der typ heißt schiller also wenn du nicht merkst dass das nicht ernst gemein sein kann wenn der schiller heißt und der bazooka auspackt und dann irgendwie der gesamten es ist es davon kommt dass das natürlich eine mega überhöhung ist und einfach ich habe ich habe es mal in dem presseheft spaß am gehobenen unsinn ja das ist unsinn was wir da machen aber es macht spaß und es wird fetzt und es heißt nicht dass es nicht ernst szenen gibt wenn es um die emotionen der figuren geht weil das mag ich nicht so filme wo du die überhaupt nicht auf keiner ebene ernst nehmen kannst das ist nicht ist nicht mein spaß so kommen wir wieder zurück zu nikita eigentlich unsinn aber die figur die nimmst du total ernst ja also sehe ich auch so also ich habe da auch erkannt dass dann wirklich vieles auch überspitzt dargestellt oder man mit augenzwinkern auch til schweiger spielt ja da ein bisschen damit gibt ja gibt ja dann die aussage wenn er wenn er dann nuschelt also ich sage es jetzt mal so statt schiller schiller hat mir super gefallen also ich fand den fand den großartig fand die kritik zu unrecht aber ich darf jetzt nicht zu viel sagen weil sonst kommen unsere leser und ja wer weiß nein nein also das glaube ich nicht ich glaube man muss dem film eine faire chance geben und dass til schweiger generell in deutschland polarisiert genau das ist auch klar ist auch klar also es ist natürlich so ja du gibst das sehr effizienter filmemacher habe ich mir mal so erlesen und deine werke sehen aus meiner sicht immer deutlich teurer aus als sie als ursprünglich budget dann am ende ist das eine meiner marktlücken man muss ja wenn man unternehmer ist sage ich mal das ist mir als regisseur irgendwie sich überlegen okay was ist eigentlich mein mein verkaufsargument gegenüber den auftraggebern und das eine was ich halt so ein bisschen glaube ich drauf habe weil ich amateur filmer war ist aus wenig viel zu machen es gibt ja die absolut absurdesten legenden was wir für ein budget hätten beim tatort und es ist wirklich marginalst höher als beim durchschnittlichen tatort also wir haben sage ich mal 100.000 mehr produktionsbudget wenn es mal 100.000 sind manchmal sind es auch nur 80.000 wir haben aber wesentlich mehr schauplätze ein riesen ensemble action sequenzen ohne ende was wir da machen aus den wirklich unter anderthalb millionen die der produktionsbudget sind für den tatort da bin ich echt stolz drauf weil es diese legenden dass wir zwei drei vier millionen hätten was weiß ich was die kommen ja daher dass die leute den film sehen und sich das nicht vorstellen können dass andere mit demselben geld halt anders aussehen und klar also da gibt es auch leute die das halt nicht so sehen aber ich finde schon dass man sagen kann dass wir aus den budgets immer das maximum rausholen das kann ich auch nur bestätigen also das sieht man im film einfach an also ich sei sehr stressig also meine art zu drehen stresst das team ich habe da inzwischen ein treues team aber so die leute die da neu dazukommen die haben schon schnappatmung ein bisschen wie wir da okay wie wir los gibt es so gas ne also weil ja das tempo ist halt wahnsinnig das wahnsinnig ich meine wir drehen so ein so eine so eine folge halt auch in 24 tagen ab sind schon zwei tage mehr als der standard tatort weiß aber es sind zwei tage sage ich mal mehr die wir haben und da musst du den ganzen spielfilm abdrehen also das ist schon eine wahnsinnige herausforderung für dem für das was wir da machen lasst uns kurz zum fördergeldern kommen ich meine ich kenne auch ein paar junge amateur filmer hier in deutschland die das natürlich beklagen dass man sehr schwer für genre werk auf fördergelder bekommt also man muss einfach wissen dass man generell schwer fördergelder bekommt ich glaube dass die genre fans die das beklagen keine vorstellung haben wie sehr fördergelder schon im lotterie gewinnen gleichen weil also die anträge sind so wahnsinnig viele dass die förderer teilweise zwischen projekten nicht schaffen auszuwählen die sie gut finden das heißt nicht jede ablehnung hat damit zu tun dass sie das projekt schlecht finden sondern es gibt halt auch ablehnungen sogar von guten projekten weil sie sagen hey ich kann nicht alles fördern einfach von dem von den töpfen her und ja also ich freue mich jedes mal wenn ich eine förderung krieg aber ich muss ganz ehrlich sagen die der normalfall ist dass du abgelehnt wirst das ist einfach der normalfall und genre hat es natürlich noch mal schwerer weil viele leute die in den gremien sitzen das nicht verstehen also da ist auch sagen also die machen halt selber andere dinge es gibt aber auch ein paar genre fans und ich finde zum beispiel die kirsten niehus von dem medien board hier von unserer heimat förderung die fördert mich auch nicht jedes mal die hat mir auch schon absagen geben müssen aber sie ist glaube ich sehr offen gegenüber genre sie hat someone mit gefördert meine science fiction produktion wo ich nicht regie geführt habe sondern nur produziert habe genau und sie hat jetzt abgeschnitten meinen fit sex thriller gefördert sie hat damals eine ihrer ersten amtshandlungen überhaupt in dem beruf war oder nicht in dem beruf an der stelle medien board war antikörper zu fördern und deswegen also es gibt schon streiter für genre in deutschland ist nicht so dass es das nicht gibt gut also es ist generell schwer ja und wir hoffen dass es so ein bisschen ist umswitcht mir kommt es ja so vor als ob in der letzten zeit so der genre film etwas im aufkommen ist also dunkle seite des mondes nach mal etc pp sind alles negativ beispiele nicht als filme also das sind alles flops und das größte problem in deutschland ist nicht sind nicht die förderer sondern das publikum das publikum muss genre filme gucken gehen wenn du kannst nichts besseres für den genre film tun als dir eine kinoticket zu kaufen wenn du mal ein genre film kommt ja ich finde es ganz schlimm weil ich letztes mal gelesen bericht also dass der action film in deutschland mit am schlechtesten läuft ich als action film das tut mir das herz weh weil ich sage immer ja du musst mal gucken selbst und film wie mission impossible fünf jetzt der hat ganz schlechte zahlen der macht in deutschland vergleichsweise nichts das ist unfassbar weil das ich gucke ja jeden action film mir an und kann mir das immer nicht vorstellen aber es stimmt einfach es ist einfach der action film ist einfach schlecht ja unglaublich wie schwer der action für mir hat ja deine bisherige imposante karriere hat dich ja sowohl in hollywood als in deutschland arbeiten lassen kannst vielleicht ganz kurz unterschiede zwischen der traumfabrik und den hiesigen produktionen ja das ist halt eine sehr weit gefasste frage ich habe es gibt so ein buch von marco kregel wo ich ein ganzes kapitel über hollywood rede das geht deutschland hollywood ich weiß gar nicht ob ich es hier stehen weiß gerade nicht ob ich es hier habe aber es auf jeden fall ein thema wo man sehr 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 viel sagen kann drüber ich sag mal die größten unterschiede sind umso weiter weg von der drehenden kamera du kommst also in dem moment wo die kamera läuft und dann schauspieler spielt ist es am ähnlichsten also der der moment in dem wirklich ein film hergestellt wird ist am ähnlichsten und umso weiter du weg kommst also ich sag jetzt mal finanzierung die die jetzt dieses development also alles was weiter sowohl zeitlich als auch räumlich weiter weg liegt von diesem moment wird immer mehr unterschiedlicher zu deutschland okay das denke ich mir also du hast ja erzählt fall 39 wie schnell sowas dann in amerika es ging wahnsinnig schnell genau und die deals sind wahnsinnig sind sie entscheidungsfreudiger absolut entscheidungsfreudiger da wird dann halt schnell nein gesagt was aber auch besser ist als immer so dieses string along wo man einfach um nicht nein zu sagen immer nur so ausweichende antwort bekommt obwohl hollywood jetzt leider so risikounfreudig ist geworden ist ist es tatsächlich so dass in der kultur die risikofreude trotzdem noch größer ist als hier also man muss jetzt leider beklagen dass wirklich nur noch auf ips und franchises und so gesetzt wird das liegt aber daran dass das risiko inzwischen auch so groß ist und dass das publikum auch sonst nicht kommt das geht ja in hollywood auch so ich wollte auch gerade sagen es gibt viele viele kritiker beschweren sich warum machen 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 die nur immer franchise machen ich sag ja was publikum sehen will man am ende muss man ja auch geld verdienen muss man gucken wenn ein remake gemacht wird nur 815 remake da haben die noch kein euro ausgegeben aus dem studio und schon diskutiert das internet wer soll das spielen wer ist der richtige regisseur die nehmen einen anteil dann plötzlich daran und machen so ein grundrauschen an aufmerksamkeit und das nimmt auch der der journalismus ihr nehmt das war ihr diskutiert dann auch mit das ist man klickt da drauf und sagt was robocop wird neu gedreht wer ist der neue peter weller und so dann wird das alles diskutiert und generiert ein grundrauschen während ganz ganz tolle filmprojekte die ich kenne wenn die announce dass sie gemacht werden dann gibt es nicht zwei klicks da drauf es interessiert keinen da kann keiner was mit anfangen dass das ist einfach so schwer aufmerksamkeit zu generieren und man muss jetzt in meiner position sagen ich habe noch nie ein remake gemacht ich habe noch kein sequel gemacht also ich glaube ich habe vier teile gemacht das war aber teil des plans und ich habe das immer alles abgesagt ich habe einige remakes angeboten bekommen aber ich weiß wenn ich dazu sage dann habe ich sofort ein film der aufmerksamkeit hat von anfang an sowas wie pandorum zum beispiel das hat keiner mitgekriegt dass dieser film gemacht wird aber der film ist hat über die dauer die qualität hat sich durchgesetzt also mittlerweile aber trotzdem du ernanzt ein science fiction film mit dennis great und ben forster das interessiert einfach google mal das internet vergisst ja nicht so gucken wer da überhaupt berichtet hat da waren so paar muss man einfach sagen und deswegen ist es aus der sicht des studios und des marketings total verständlich dass selbst wenn die neuen film machen überlegen sich ob die so tun als sei das ein remake von einem alten film einfach weil dann sofort alle diskutieren und mitmachen und sich engagieren das ist muss man sich vielleicht auch selber an die nase fassen aber man diskutiert einfach zu gerne über solche dinge über die geliebten filmen die nostalgie und dann lass uns gleich wenn wir nostalgie sind lassen uns zu captain future kommen ich habe komischerweise ich glaube vor einem halben jahr war es habe ich gerüchte gehört ja der herr christian albert hat interesse an einer captain future verfilmung lassen wir kurz also aus meiner sicht gleich vorab ich sehe auch unglaubliche potenzial in captain future ich habe es als kinder auch gesehen bin bin ein fan vielleicht bin ich auch nostalgie blind man weiß es natürlich nie aber ich finde die bücher haben unglaubliches potenzial auch wer die bücher auch mal gelesen hat also da steckt wirklich eine menge drin wie bist du auf die idee gekommen captain future zu verfilmen oder oder die rechte zu werden also ich war so wie du auch und wie eigentlich fast unsere gesamte generation ein großer fan als kind ich habe fand das hat eine wahnsinnige atmosphäre gehabt das zu gucken man hat sich in diese welt geträumt also es war für mich captain future und raumschiff enterprise waren so die zwei serien wo ich mich extrem viel beschäftigt habe also wirklich mir ausgedacht habe eigene geschichten und so weiter hat auch mal den captain future als figur und den simon hat mich da war ich immer so ein nerd immer tierisch genervt dass der simon so groß war er war fast so groß wie captain future und dachte immer hey der muss so klein sein und so habe ich mir hat mich immer schon aus irgendeinem grund habe ich immer die maßstäbe bei spielzeug gestört auch beim millennium falcon den ich auch hatte und so ich dachte er muss eigentlich so groß sein wie der tisch wenn er so ist wie im naja auf jeden fall das war das nebenschauplatz auf jeden fall habe ich den sehr geliebt und ich habe mich tatsächlich in meiner zeit in hollywood war ja mein ganzer freundeskreis hier klar habe ich da neue freunde gehabt und so aber mein freundeskreis war hier und wir haben uns auch unterhalten über die ganzen sachen die jetzt verfilmt werden und gemacht werden und dann kam wirklich in so einem gespräch spät nachts mit deutschland so das thema mit meinem besten freund damals drauf war macht eigentlich keiner kennt future so das müsste doch auch kommen und das war ist eine ganze weile her also wirklich muss ehrlich sein fast zehn jahre und ich habe dann gesagt weil ich schon immer so ein let's try it typ war schon mein ganzes leben habe ich einfach gesagt let's try it und dann habe ich die recherche angefangen aber richtiges rechte anwaltsbüro beauftragt die haben die ganze rechtslage die sehr verworren ist future recherchiert ich glaube der grund warum es keiner gemacht hat ist dass tatsächlich in amerika wo es ja ein amerikanischer ip ist ja keiner kennt einfach die serie hat da ist da nicht gelaufen die haben das mal versucht mit so einem zusammenschnitt so als spielfilm hat auch keinen interessiert und das war's und die bücher sind ja noch viel älter aus 40er jahren und deswegen hatte ich die einmalige gelegenheit da was zu erwerben von dem die amis gar nicht wissen dass es in deutschland immer noch glaube ich eine ziemlich starke marke ist so wir hatten ja noch die musik war ja dann noch zweimal den hitparaden als remix und so und da ich ja gerade in hollywood gearbeitet habe und dann meine gage für im vergleich zu deutschen gagen ziemlich üppig war habe ich mein geld da reingesteckt einfach in diese recherche in den erwerb die optionierung ich meine da gibt es die erben von edmund hamilton dem verlag und so weiter und als ich das dann alles gesichert hatte ging es halt um toy weil natürlich möchte ich also kurz zu erklären wenn man die bücher erwerbt und die rechte an den figuren und den geschichten ja dann darf keiner auf der welt mehr in captain future film machen ohne mich weil ich habe die rechte dazu das zu machen ich bin derjenige der die recht hat aber die interpretation von den toy artists damals und den regisseur und so weiter hat ist ja eine eigenständige eigenständige erweiterung des ganzen das heißt die dürfen keine filme mehr machen über captain future und keine serie mehr und so dürfen nicht mal ihre eigene serie wenn sie die lizenz ausläuft was sie dann war raus bringen ohne mich aber ich kann nicht einfach captain future so aussehen lassen und die komet zu aussehen lassen da gibt es sogar noch erfindungen die gar nicht aus den büchern sind wie der cosmo liner und diese zwei diese zwei gummitiere und die kommen jetzt bei mir auch erstmal nicht vor aber die sind die sind sozusagen waren alle toy aber auch der look und so eine video aussehen und wenn du dir die bücher durchgelesen hast weißt ja von den covern dass es auch teilweise komplett andere interpretationen gibt und ich will aber meine kindheit ehren ich will ein film machen für das kind was ich damals war und deswegen musste ich mit toy verhandeln und muss man ehrlich sagen war ein schwieriger verhandlungspartner die sind sind japaner die ist eine andere kultur und die haben natürlich auch erst mal nicht eingesehen warum sie jetzt plötzlich mit mir verhandeln müssen aber es mussten sie dann halt und wir sind uns dann einig geworden aber es hat sehr lange gedauert und es hat tatsächlich bis jetzt alle rechte hatte also toy christian brun die original autoren schafft die verlags rechte und so bis ich das alles zusammen hatte und mich auch geeinigt habe über mölzchen da ist und was passiert mit der alten serie wer darf die auswerten und so weiter also sehr 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 komplex ist es tatsächlich januar diesen jahres gewesen okay das ist heftig der fake trailer ganz kurz oder fake konzept trailer der einfach der einfach veröffentlicht wurde der wurde ja vorher veröffentlicht vor bevor du alle rechte hattest genau das war wahnsinnig schlimm für mich ich habe an diesem trailer erstens war ist er nicht fertig ja also es gibt eine also ich fachleuten fällt es sicher ja man sieht es gibt eine schwankende qualität zwischen den shots normalerweise wenn ich den hätte jetzt veröffentlicht zu irgendeinem zeitpunkt wäre die qualität gleich gewesen von shot zu shot und nicht mal so mal so das sind einfach shots die sind work in progress und dann ist der zeitpunkt als das geleakt wurde tatsächlich einer gewesen wo ich mit toy noch nicht einig war und deswegen meine verhandlungsposition ja die immer war wenn ich es nicht mit euch machen kann mache ich halt eine eigene interpretation jetzt konnten sie selber schon sehen anhand des trailers dass meine interpretation eigentlich die toy interpretation ist es hat mir also ein bisschen geschadet auf der anderen seite als wahnsinnigen wirbel verursacht und es gab dann so ein paar investoren die auf mich zu bekommen sind es hatte also auch positive ja auswirkungen das grundrauschen also ich meine muss gesagt dass captain futures einfach in deutschland vor allem eine legende welche märkte deutschland italien spanien frankreich belgien japan sind eigentlich so die länder ein bisschen england wo man es kennt und in deutschland am meisten und ich glaube es liegt daran dass es in deutschland am erfolgreichsten ist weil die beste musik haben das glaube ich definitiv ich hatte auch ich sehe gerade in dein regal hier captain flame ich hatte auch diese box und der kapitän flamm habe ich mir gewollt weil die nicht gekürzt sind hier richtig genau nicht auch deswegen nur die musik macht so viel aus da merkt man einfach wie du gerade sagst also das ist definitiv die beste version es gibt zwei beispiele ich kann mir vorstellen dass sowohl rocky als auch star wars könnten auch ganz normale filme aus ihrer zeit sein die heute man vielleicht irgendwie als ganz gut kennt aber nicht überlebens große prägende filme wenn die nicht so eine geile musik hätten die musik macht einfach so viel aus dass sie so eine sehnsucht eine atmosphäre schafft so eine größte jetzt einfach das ganze erleben vergrößert und und irgendwie direkt ins herz geht und ich glaube dass bis sowohl bei star wars bei rocky aber auch bei der deutschen captain future serie einfach so ja sobald der vorspann kam die frauen stimme angesetzt hat hat man sich so rausgesehen in die weiten des welt als das hat einfach ganz toll funktioniert und ich damals war es ja so dass noch keine it bandmischung gab das heißt man hat wenn man die japanischen stimmen nicht haben wollte und deutsche stimmen haben wollte musste man die gesamte tonspur austauschen also geräusche sprache und musik waren verheiratet und so kommt dass bei captain future jedes land eigene stimmen hat eigene geräusche und eigene musik auch okay das wusste ich gar nicht schon interessant gut dass ich hier bin definitiv aber ja es sei schade dass das zdf damals das so verschnitten hatte ich weiß ehrlich gesagt nicht warum keiner weiß warum das macht überhaupt keinen sinn ja 25 prozent gekürzt ja es gibt eine geschichte die hat vier folgen kolum der zauberer ich glaube die sieben steine ist die die ist glaube ich die einzige mit vier folgen habe ich mir ist übrigens mein lieblings bösewicht weil ich wollte mal kurz fragen wie du dir da hast du auch einen favoriten als bösewicht als schurke also es ist kann jetzt hier nicht sagen welches wird wir müssen ja irgendwann mal aufschlag machen der ein bisschen wirbel macht weil man muss ja den film der muss ja auch sich lohnen für alle definitiv deswegen will ich da nicht zu viel verraten ich kann aber sagen dass wir auch den film machen müssen für die ganze welt ja das heißt wir können den film nicht nur für die fans machen das muss ein balance akt sein so dass die fans wie du und ich happy sind mit dem ergebnis aber auch jemand der noch nie das wort get in future gehört hat und das vielleicht sogar cheesy findet weil wir haben so marktforschung gemacht get in future klingt für amis zum beispiel wahnsinnig peinlich und so also wir müssen sozusagen einen film machen der auf der ganzen welt funktionieren könnte man man kann es ja nicht planen aber zumindest das potenzial hat damit ich investoren erklären kann warum sie deutschen produktionen plötzlich viele 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 millionen geben sollen und deswegen haben wir habe ich ein buch entwickelt was anleihen hat aus echten captain future roman also motive verwendet was aber gleichzeitig die origin story von captain future ist das bedeutet wir haben einen sehr sehr jungen curtis newton den wir kennenlernen und der das zum ersten mal menschen begegnet weil ich die captain future ist ja sehr steif wenn du heute das guckst er sehr steif er ist nicht so richtig cool im umgang mit joan er ist ein bisschen strange ein emotionaler grüppel fast genau dann habe ich mir überlegt man kann das jetzt einfach anders machen oder man kann das als charaktereigenschaft ernst nehmen sagen warum ist der eigentlich so seine eltern werden ermordet erlebt versteckt auf dem mond und großgezogen wird er von otto gregg und simon hat also eigentlich keinen menschlichen kontakt und das finde ich eine wahnsinnig spannende geschichte die aber ja in deutschland sogar rausgeschnitten wurde in frankreich in so einem kurzen flashback abgehandelt wird aber es ist ja ein wahnsinnig tolles alleinstellungsmerkmal dass du von künstlichen wesen umgeben aufwächst und die ganze zeit so wie wir den mond am himmel siehst siehst du die erde am himmel und guckst auf die menschheit ja und da ist ja eine sehnsucht in dieser figur und da ist auch eine ungelenkheit im umgang mit frauen und so und ich finde das verschwendet wenn ich jetzt zu captain future ist 35 schneide und ist schon der superhero dann dann habe ich überhaupt keinen dramaturgischen bogen mehr und deswegen ist für unsere geschichte haben wir die abenteuer die es tatsächlich gibt einem sehr jungen curtis erleben lassen und verfolgen aber auch tatsächlich die eltern noch und die ganze entstehung von von dieser figur ja klingt für mich auch plausibel auf jeden fall ja ich merke schon also du musst praktisch die brücke schlagen zwischen fanservice und und auch eine neue fanschaft oder fast schon eine neue generation zu finden genau okay muss auch erklären warum gibt ihr jetzt eure zehn dollar aus für diese geschichte muss doch schon star wars gibt und star trek und captain america und so weiter es muss ein held sein der noch eine marktlücke füllt und ich glaube da kann ich jetzt ich kann nicht zu viel darüber verraten aber ich will sind sehr sehr happy mit der mit der figur und mit der geschichte und ja also das projekt ist glaube ich gerade in einem ganz guten zustand okay ich merke schon dass das grundgerüst das script steht definitiv schon lange schon eine weile eine weile okay vor den rechten wahrscheinlich schon hast genau klar klar denke ich lass uns kurz zur finanzierung kommen von so um also ich kann mir vorstellen für den deutschen markt ist es unglaublich schwer ich stelle mir vor captain future wird eine menge geld kosten ja also so wie ich sehen will ich gibt es ganz offen zu könnte ich mir könnte ich von 100 million dollar produktion oder 50 million vielleicht wollen wir nicht übertreiben reden hier oder wie wie also ich kann da auch keine zahlen nennen okay es ist schon in so ein bereich dass es sein könnte dass der teuerste deutsche film wird geil das wollte ich hören okay also wir versuchen es ernsthaft groß aufzuziehen wir reden mit der ganzen welt um das zu finanzieren ich bin lokal patriot ich würde das gerne in deutschland machen mit internationalen schauspielern natürlich sowie pandorum aber am liebsten hier babelsberg bavaria so ne in deutschland und captain future hier wo er den größten erfolg hat eigentlich auch umzusetzen das klingt gut also das wollte ich eben noch mal fragen in welcher größe man vielleicht hier denkt da also weil bei mir schon klar ein science fiction film da muss man da braucht man ein gewisses budget also ich bin immer der überzeugung dass man immer noch klein denken kann wenn man groß gescheitert ist okay der war gut okay ja wie viel würzen ausschauen gehen wir mal von der origin story aus die wird ein riesen erfolg in deutschland sowieso sage ich ich bin jetzt mal frech und wäre es möglich dann franchise draus zu machen oder könntest du dir weitere ableger vorstellen vermutlich ja klar ja ganz ehrlich also man kann das beklagen wie man will dass dass diese filme nicht gemacht werden wegen deren ich eigentlich in den beruf gegangen bin wenn ich aber sowas wie captain future anfasse dann muss ich es richtig machen und dann muss ich es auch so machen wie ein hollywood studio muss den investoren und finanziell als absicherung eigentlich sagen dass wir hier in ip aufbauen ist es zu sehr vergessenheit geraten um schon jetzt zu sagen es ist schon eine volle ip es ist so ein bisschen so eine nostalgisch verschüttete ip aber man muss was da aufbauen um das risiko von solchen teuren filmen abzusichern muss man schon weiter denken also man muss auf jeden fall versuchen dann franchise draus zu machen vielleicht sogar mit einem tv ableger und so aber ich will auch nicht zu groß irgendwas ankündigen weil es ist natürlich klar dass es ein kampf wird und das nicht die welt jetzt darauf gewartet hat was wir da treiben ist auch klar sie müssen auf jeden fall einerseits groß denken andererseits realistisch und so zwischen groß und realistisch irgendwie den sweet spot finden wo es dann tatsächlich wirklichkeit wird ok kurze frage noch mal zum konzepttrailer gibt es denn schon einen finaltrailer mittlerweile oder habt ihr da noch weiter gearbeitet wir arbeiten da noch weiter daran okay wir haben ja ich habe ja schon mal gesagt dass ich bei diesem film sehr wahrscheinlich ein komplettes previous machen werde von a bis z und da suche ich gerade das team für um damit loszulegen okay um dann auch noch das wird dann aber in irgendeinem ultra geheim location ohne internet anbindung gemacht damit uns das nie wieder passiert dass einfach irgendwas geleakt wird ja ja okay ein bunker sozusagen genau ja weil wir über captain future reden ich mich aufrege über diese ganzen heidi wiki neue auflagen wie siehst du es eigentlich weil du ja die rechte am future ist wird es auch für captain future eine neue auflage geben für das fernsehen mit tv-serie animationsserie ne also animationsserie sehe ich nicht also wir machen ja ein realfilm wenn toy hat das recht also in den verhandlungen ist es so dass toy das machen könnte wenn die das wollten also ich kann mir schon vorstellen dass toy sich jetzt einfach mal anguckt was bei uns bei rauskommt wenn wir sehr erfolgreich sein sollten dann kann ich mir schon vorstellen dass toy dass das wieder macht aber da habe ich nichts mit zu tun weil das ist sozusagen deren sache okay da hat das zf oder ad oder wer da auch immer jetzt im moment die sie ganz neu auflagen bringt eigentlich haben alle keine rechte ja genau also das machen das alle nicht okay das ist schön zu hören dann bin ich ja schon mal safe dass da nicht so furchtbar meine kindheit gebrügelt wird ja du meinst die ganzen heidi neu gezeichnet ne das gucke ich auch nicht das wirkt einfach lieblos da hast du recht genau ich dachte du meinst jetzt weil heidi war ja auch gerade im kino als realfilm sorry nee nee das verstehe ich nicht auch dass bine maja jetzt nicht mehr pummelig ist ja das finde ich auch schade ich weiß nicht ob wir da unrecht tun aber ich finde es tatsächlich hat weniger liebe strahlt weniger liebe aus also ich kann sagen meine meine kids schauen die alten noch lieber ja die haben einfach mehr scham ja also wie du sagst liebevoller das also gefällt mir auch nicht aber ich habe halt schon befürchtet mit freunden natürlich auch schon gesprochen kollegen und hoffentlich kommen sie nicht auf die idee captain future irgendwie mal so in die richtung lenken zu wollen ich hoffe es nicht also wie gesagt ich glaube es auch nicht es war zeitweise so dass niemand das hätte machen dürfen weil ich alle recht hatte ja ich habe jetzt im zuge der einigung mit toy den die animationsrechte wieder verlängern damit sie auch ihre serie wieder rausbringen können weil die ist ja jetzt jahrelang gar nicht mehr erschienen ja das heißt toy könnte jetzt liegt jetzt nicht mehr an mir toy könnte jetzt wieder rausbringen und ich müsste ich habe die verträge nicht komplett bis ins detail im kopf ich weiß gar nicht ob die jetzt alleine einfach eine neue animation machen müssten oder die mich fragen müssen oder wie auch immer ich interessiere mich nicht dafür ich will einen real film machen in 3d mit irgendwie spektakel und habe tatsächlich da jetzt den vertrag nicht im kopf ja ist nur eine randnotiz man ist einem halt so aufgefallen und weil das diese ganzen serien sind die liefen an dauerschleife früher pinocchio und du kennst ja auch alle wahrscheinlich und aber ich glaube dass bei bine maya und heidi die rechtslage viel einfacher ist weil ja die ist ein schweizer stoff und und bine maya deutscher ich glaube dass das da nicht so komplex ist ja der future ist sozusagen amerikanisch japanisch deutsch italienisch französisch das ist extrem schön und wenn es die japaner machen dann eher am ende minden genau dieses wäre cool vielleicht sogar das wäre sogar gut ist ja so weil ich das production design immer noch top finde ja ich meine das ist jetzt wirklich jetzt haben wir 2016 also 36 jahre alt ich finde das production design super von dieser selbe deswegen will ich ja auch wollte ich ja auch die rechte von toy haben weil ich will dass den konzept artist einfach die werden alle hingesetzt und müssen sich das angucken natürlich gehen wir dann modernisieren wir das für einen real film ist ja klar aber um die seele einzufangen kann man nirgendwo besser anfangen als sich das noch mal anzugucken ja sehe ich auch so lasst uns kurz noch mal ja sind wir gleich am ende auf welche projekte von dir können sich denn die filmfans als nächstes freuen ach so ja also ich habe jetzt man weiß ja ist immer schwierig mit den ankündigungen weil weil plötzlich zieht sich was vor oder es wird was getauscht aber wenn ich heute sagen müsste was am wahrscheinlichsten ist also es sieht jetzt sehr 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 stark danach aus dass ich ab mit oktober diesen fitzack zock aus roman abgeschnitten verfilmen werde das ist eigentlich ziemlich viel steht da in den staatlöchern ich weiß nicht ob du den roman kennst ist nein leider noch nicht ist vielleicht wenn man es aus meiner karriere rausnimmt am ehesten mit antikörper wieder zu vergleichen wenn man es auf andere beispiel vielleicht anatomie ein bisschen girl with a dragon tattoo also so diese richtung ein düsterer deutscher thriller mit popcorn potenzial mit warner brothers mache ich das wieder was ich ganz toll finde weil die halt wirklich auch für genre kämpfen was ja daran merkt moritz bleibtreuer spielt die hauptrolle der genre erfahren mittlerweile jasna fritzi bauer spielt die andere hauptrolle und dann fahri haddem ist wieder dabei und las eidinger vom stillen gast also toller cast ich bin total überzeugt von dem projekt und das geht mit oktober sehr wahrscheinlich also wir haben gerade die förderung bekommen vom board das soll losgehen und dann habe ich ja gerade mit partnerschaftsbindung mit meiner firma eingegangen mit einer chinesischen produktionsfirma mit denen ich auch über andere stoffe verhandeln kann ich jetzt leider nicht bestätigen welcher aber man kann sich glaube ich denken und im zuge dieser zusammenarbeit und verhandlungen ist jetzt nun fantasy märchen was die chinesen gerne verfilmen wollte an mich herangetragen worden the fox mission heißt es und da habe ich jetzt gerade war ich in china und habe unterschrieben und da würden wir aber auch so ein previs machen das heißt es ist wenn wir da jetzt in vier wochen anfangen dauert das ungefähr neun zehn monate bis wir überhaupt drehen können okay aber das ist ich sag mal ich weiß nicht ob du sowas auch geguckt hast als jugendlicher so the bride with the white hair chinese ghost story ja natürlich habe ich auch so diese abschließend es ist sehr sehr fantasy lastig ja so ein bisschen wie so ein ja es geht so in die richtung ohne dass es so groß ist so herr der ringe also so diese filme nur halt mit nicht die ganzen fantasy sachen die wir hier sehen sind ja sehr westlich basiert die basieren ja fast alle auf grüder brüder grimm selbst tolkien hat ja sehr viel aus der deutschen folklore eigentlich da verwendet von den nivellungen bis sonst was und ich finde das ist jetzt so ein bisschen habe ich mich so ein bisschen satt gesehen an diesen welten und ideen die chinesen haben einfach noch ganz andere mythen ganz andere ideen sachen die völlig bizarr wirken auch wenn man miyagi filme guckt weißt du so das ist ja so einfallsreich einfach und das ist auch in dem stoff the fox mission so und deren wunsch ist aber weil sie ja doch eine erzählweise oft haben die für westliche breite publikum ein bisschen zu verwirrend ist deswegen hast haben du und ich solche filme geguckt und auf dem fantasy film fest liefen die aber die kommen ja nicht breit ins kino hier genau und die haben so den wunsch dass durch die verbindung dass ich das für die mache wird auch chinesisch gedreht also ein richtiger chinesischer film weil sie haben so den wunsch dass ein bisschen so internationale klarheit in das storytelling reinkommt und du bist richtig ich mache die regie okay also in in peking wird er in peking wird er gedreht also ein bisschen was hier im studio aber die der großteil wird in peking gemacht auf chinesisch finde ich wahnsinnig spannend und ja menschen fliegen durch die luft und kämpfen und fabelwesen und geister und spirit world volle paket volle paket und ja das finde ich ganz toll und da ist weiß ich jetzt gerade in china und deswegen darf ich jetzt auch darüber reden weil die wollte natürlich zuerst in china darüber reden das heißt wir haben da die pressekonferenz gehabt in china und das projekt vorgestellt und jetzt ist es auch in deutschland raus dass ich das mache das wird aber erst nach abgeschnitten sein okay das heißt ja du bist gut gebucht in der nächsten zeit also ich denke mit future wird es noch ein paar jährchen dauern dann aber also die idee ist eigentlich captain future so schnell wie möglich jetzt den previous anzufangen und dann wird es nicht so lange dauern also das vom zeitplan her ich kann da nichts versprechen weil es ist so irrsinnig groß und komplex dass man nie irgendwelche festen zusagen machen kann aber theoretisch war mir dieses jahr anfang mit dem previous das hieße dass wir nächstes jahr irgendwann fertig sind und dann kann man mit den finanziellen reden ob das jetzt überzeugend ist und wenn das überzeugend ist die investoren überzeugt mache ich nahtlos in den dreh übergehen okay also interesse ist genug da oder international gesehen interesse ist riesig also es ist riesiges interesse aber wir wollen da echt viel geld und hohn aus weil es kann auch sein dass die sagen nee dem albert der hat noch keinen richtigen hit gehabt so im internationalen mega bereich dem vertrauen wir mit so einer summe nicht an also ich will das jetzt nicht vorhersagen wie das genau läuft dann muss ich mir halt wie ich gesagt habe wenn man groß gescheitert ist muss ich mir andere gedanken machen wie man das umsetzt vielleicht finanzie ich dann nur den previous und gehe damit erneut auf suche also es kann du kannst recht haben mit ein paar jährchen dauern aber es muss nicht es ist nicht so dass nur weil ich jetzt gebucht bin bei campfuture nichts passiert also wir arbeiten jede woche daran dass wirklichkeit werden in diesen räumen hier in diesen räumen und drüben du weißt ja ich weiß nicht wo du warst aber ja in diesen räumen das hier der heilige graal sehr interessant ich denke es wird dann schon noch eine zeit ja wie du gesagt dass ein bisschen zeit in anspruch nehmen und ich hoffe dass es auf jeden fall klappt ich habe noch eine frage ganz banal hattest du eigentlich ein plan b falls im filmbusiness weil du bist ja so ein bisschen reingeraten ich bin nicht reingeraten ich wollte regisseur werden oder buchautor seit ich zwölf bin also und dann so richtig welche art regisseur und ganz konkret und noch mal so richtig mit nachdruck ich war ja zwischenzeitlich auf der real schule und wenn man so 16 ist dann muss man ja plötzlich wird mehr gefragt ganz real was man wird und diese das war dann wirklich mit 16 als nikita gesehen habe wo dieser dieser kindliche wunsch also der zwölf jahre zurück in die zukunft gesehen da war wollte ich also sowas halt machen und dann mit 16 habe ich gesagt jetzt weiß ich sogar was genau ich eigentlich will beim film sag mal sergi leone finde ich super aber bin nicht ich also es gibt sachen die ich bewundere aber die bin ich nicht und bei bei luke besson habe ich so einen kern oder so eine richtung gesehen wo ich gedacht habe okay das kommt dem sehr nahe wie ich eigentlich geschichten erzählen möchte und seitdem wollte ich das werden und ganz ehrlich ich habe überhaupt keinen plan b ist die realistische hirnhälfte von mir hat mir immer gesagt dass das sehr unwahrscheinlich ist dass ich das tatsächlich werde und die träumerische hälfte hat gesagt wenn ich aber einen plan b habe dann wird es garantiert nichts also ich habe mir selber den druck gemacht bin nach berlin gezogen wollte zum film habe hier ein praktikum angefangen und hatte überhaupt kein plan b andererseits weißt du wenn fünf jahre an der tanke an der kasse gestanden hast so wie ich dann hast du auch keine angst und sagst du kannst immer irgendwie geld verdienen weißt du weil das könnte man jederzeit es gibt ja berufe für die sind sich viele zu fein wenn man jetzt scheitert aber dann hätte ich halt einfach geld verdient ich habe zum beispiel taxischein angefangen zu lernen für als nach berlin gezogen bin weil ich dachte hey man taxi fahren kann man auch noch schreiben und so also ich habe habe immer gedacht ich muss schreiben oder regie fahren okay das umso mehr freut es mich dass du es geworden bist freut mich auch aber es ist unrealistisch gewesen und ja es ist zwar auch ich habe halt auch glück gehabt also ja es glaube ich habe recht gehabt und glück gehabt und dann deswegen ja macht dich nicht kleiner wie du bist du meine gewisse qualitäten hast du aber glück gehört natürlich dazu keine frage ja das das weiß man im business eigentlich eigentlich ich kenne selber einige so viele schauspieler die leben von hand im mund auch zum beispiel also man kann es kein ernsthaft raten wert ist dann wenn du es gar nichts anderes dir vorstellen kannst dann solltest du überhaupt nur hier hingehen wenn du dir was anderes vorstellen kannst mach es nicht weil es gibt ganz dunkle zeiten auch das glaube ich ja okay ja dann würde ich sagen schließen wir das interview so ab ja wir wünschen dir auf jeden fall viel erfolg bei deinen nächsten projekten und fiebern der captain future verfilmung entgegen also ich hoffe es wird ein riesen hit ich bin überzeugt davon aber ich habe natürlich auch so ein bisschen die nostalgie brille auf aber ich denke das potenzial ist unglaublich und ich finde es richtig geil dass jemand der der wirklich da herz und leidenschaft reinsteckt das projekt macht denn für mich bist du der richtige mann also wollte ich nur noch was sagen dann hoffe ich mal dass ich niemand enttäusche da ich glaube nicht also wie gesagt du bist auf dem richtigen weg du hast du hast alle rechte beisammen also christian brum war auch so ein ding wo wenn auch wo ich mir noch überlegt habe war hoffentlich ja welche musik wird dann dann da sein und aber dir ist das vollkommen bewusst man sieht man auch dass du ein großer fan bist okay dann spaß ja mach's gut vielen dank also tschüss liebe leute sind entertainment der podcast des entertainment blogs mehr fan talk über filme und serien die w und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017